Um dein Glück an den Minecraft Lucky Blocks zu versuchen, musst du die Modifikation natürlich zunächst im Singleplayer installieren und wie genau das funktionierte, das erfährst du in diesem Tutorial aus dem Tutorial Center. Hey und willkommen hier im Tutorial Center. Zunächst laden wir uns den Lucky Block Mod für die Version 1.8 darunter. Der Link ist für dich in der Videobeschreibung. Du klickst hier rechts oben auf Download und jetzt könntest du eine Warnungsmeldung bekommen. In diesem Fall kann es also sein, dass diese Website verdächtig ist. Leider gibt es keine andere Downloadseite für diese Modifikation und aus diesem Grunde ist es jetzt deine eigene Entscheidung, ob du hier in diesem Fall weitermachst oder nicht. Solltest du dich dazu entscheiden, diese Warnung zu ignorieren, klicke auf Details und wähle diese Website aufrufen. Dafür übernehme ich jedoch keine Gewähr, habe das Ganze selbst aber ausprobiert und bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Nun in diesem Fall klickst du auf Lucky Block 1.8.4 oder dementsprechend die aktuellste Version und musst hier nun kurz ein paar Sekunden abwarten. Bitte lasse dich dabei nicht von diesen Download Buttons hier verwirren. Klicke auf Download Now. Zunächst öffnet sich leider noch ein nerviges Popup, welches wir erschließen müssen, um dann nochmals auf denselben Button zu klicken und schlussendlich den Lucky Blocks Mod herunterladen zu können. Der Download der Modifikation ist also leider ganz schön umständlich. Das geht allerdings leider nicht anders. Um nun den Lucky Blocks Mod Final zu installieren, benötigst du noch den Minecraft Forge Mod Loader. Den bekommst du auf files.minecraftforge.net und wählst hier 1.8 und lädst dir die aktuellste Version für Windows, in diesem Fall den Installer Win herunter. Auch hier musst du ganz kurz Werbung abwarten. Einfach hier oben auf Skip gedrückt und das lädt sich die Forge Exe herunter, die du nach dem erfolgreichen Download ganz einfach mit einem Klick ausführen und bestätigen kannst. Hier im Installer wählst du Install Client, überprüfst den Pfad und klickst auf OK. Nun wurde dir ein Forge Profil erstellt und jetzt ist es wichtig, dass du Minecraft einmal mit diesem Forge Profil startest, damit sich ein Mods Ordner generiert. Bei Problemen findest du auch noch einmal eine ausführliche Forge Mod Loader Installation jetzt hier im Video verlinkt. Bevor du auf Play drückst, sollte hier rechts das Forge Profil ausgewählt sein. Ist dies nicht der Fall, gehe einfach auf Edit Profile und wähle das Forge Profil aus der Versionsliste aus, Save Profile und Play. Hat sich das Spiel geöffnet und es gibt einen Mods Button, kannst du es direkt wieder schließen und jetzt auf deine Tastatur Windows-Tasten und R drücken und in das erscheinende Ausführen Dialogfenster %AppData% eingeben, auf Enter klicken, in den Punkt Minecraft Ordner gehen und hier befindet sich jetzt ein Mods Ordner und in diesen Mods Ordner siehst du per Drag & Drop den heruntergeladenen Lucky Blocks Mod hinein. Ist dies geschehen, musst du Minecraft einfach noch einmal starten und schaust du jetzt in den Mods Ordner, findest du hier den Lucky Blocks Mod. Wenn auch in Minecraft die Lucky Blocks gefunden werden, dann hat die Installation funktioniert. Noch viel mehr Spaß macht der Lucky Block Mod jedoch auf einem Server zusammen mit anderen Spielern und in dem jetzt dir verlinkten Video erkläre ich dir, wie du genau dieselbe Modifikation auf einem Server installieren kannst. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin und tschüss.